Mein Geburtshaus steht aber längst nicht mehr. Es stand in der Burschstraße. Ich hatte schon als kleiner Junge Spaß am Basteln, am Zeichnen, am Zusammensetzen von sogenannten Ausschneidemoden. Das machte mir einen solchen Spaß, dass mir mein Vater in eine richtig gehende Tischlerwerkstatt einrichtete. Und ich war so zehn oder elf Jahre. Meine Eltern waren in das Haus Pariser Platz 7, das ist am Brandenburger Tor, umgezogen, in dem sie von da an bis zu ihrem Tode wohnten. Und wo ich seit 1893 wieder wohne, und wo ich euch jetzt in diesem Augenblick meine jungen Geschichte erzähle.